Ja, Leute, ich sitz hier und Leute, ich muss euch vielleicht, ich hab, ähm, etwas hab ich euch noch gar nicht gezeigt, was ich euch eigentlich irgendwann zeigen wollte, ja, die Waggone stehen ja nicht mehr da, also ich weiß echt nicht, was sie hier gemacht haben, weil hier die Waggone stehen nicht mehr hier, wahrscheinlich hat schon eine Lok sie mitgenommen, die dann nach Villach rein oder so, keine Ahnung, ja, und ich weiß nicht, ob jetzt noch hinzukommt, also, sind beide rot, also alle Signale sind jetzt hier auf rot, aber jetzt kann ja noch sein, dass später noch einer hierher kommt, also ich glaube schon, dass einer noch kommt, aber, naja, bis später, wenn er kommt.